Frohes neues Jahr ihr alle. Willkommen zurück bei 7des2die mit Yogi. Frohes neues. Wollen wir loslaufen? Lass den doch liegen, der ist noch besoffen vor einer Silvesterparty. Ja, aber ich weiß nicht. Besoffen muss ich aufräumen. Hier im Schwabenland musst du die Gasse fährt. Danke, jetzt habe ich wegen dir ein Level abbekommen. Ja, wunderbar. Siehst du mal, Dalai muss mal. Dalai ein kleiner Leck. Wohin rennst du denn? Ich muss nach Südwesten. Ja, ich muss hier aber Nester mitnehmen. Ich muss auch nach Südwesten. Warum rennst du dann nach Südosten? Ich lauf bei mir gerade nach Südwesten. Echt? Bei mir nicht? Bei mir gehst du nach Südosten. Ich bin nur hier drüben auf deiner Straßenseite. Ja. In der Wallachai. Sie ist nicht verlaufen. Er spricht groß von, er braucht Vogelnässer, lässt aber hier zwei unbeobachtet. Hier sind so ein paar Neues Zombies. Ja, ist immer schlimm. Das ist dieser Walk of Shame. Ja. Und dort, wo hast du nach Panne gemacht? Ja. Du siehst fertig aus. Du siehst fertig aus. Guck mal hier. Die Beruhigungskeule. Beruhigungskeule. Oh, sorry. Den hat es umgehauen. Ja, deswegen sollte man nicht so viel trinken. Der hat es nicht vertragen. Ja, sollte man schon, aber halt richtig. Man muss es auch können. Ja gut, das ist klar. Man sollte nicht über den Durst trinken. Guck mal. Wollen wir da vorne das Haus gleich mitnehmen auf dem Weg Richtung Trader, weil da könnte Hunter Pro ein Cooking Pot drin sein. Ja, klar. Das wird sowieso so sein. Sobald wir den ersten Cooking Pot gefunden haben, kriegen wir sie hinterhergeworfen. Ja, das ist normal. Oder wollen wir den erst ignorieren und erst zum Trader weitergehen? Wobei, lass uns erst zum Trader gehen. Vielleicht kriegen wir eine coole Quest. Ist nicht ein bisschen früh für so eine Quest? Ich habe einen Bogen. Ja gut, aber ich habe halt damals ja so eine richtig fiese Quest bekommen. Wir können ja eine Fetch-Quest nehmen, wo du halt nur was abholen musst. Ich hatte damals eine Fetch-Quest, die mit den Schlangen und Hunden. Ja gut, dann war das vielleicht noch verbuggt, weil die Level-1-Quest, die wir danach bekommen haben, die waren großteils so entspannt. Ja, ich kriege immer die fiesen Dinger. Natürlich. Fiese Map-Quests für einen fiesen Map. Ja, der Vorteil ist, dass der Trader relativ nah an der Biom-Grenze ist. Ja gut, ist ja auch eine Wüste. Da sucht der Krian schon. Ist nicht Wüste. Burnt Land. Burnt Land. Da taumelt er noch ein bisschen weiter. Guck mal an. Aha, ich habe hier die Feige klaut. Ja, ja. In Zukunft werde ich darauf achten, dass Krian die Feige schießt. Wie ganz so nah ist es doch nicht. Ist doch ein Stückchen weiter. Na gut, wir können ja aber hier am Außenrand ein bisschen lang laufen. Ich will hier erstmal gucken, weil hier könnten auch Cooking-Pots sein. Geier. So geizig bin ich jetzt wieder nicht, dass du mich gleich Geier nennen möchtest. Du Geier, Herr Krian. Du Geier. Aber ich habe das Gefühl, dass es gefixt ist, dass die Geier tatsächlich nicht mehr in allen Biomen rumfliegen, wo es ihnen langweilig ist. Komm her, du Geier. Gib mir deine Füße. Ja gut, was mir auch gesagt worden ist, es kann sein, dass die Geier aber auch an Punkten sind, wo eben solche Quests sein können. Also ich hatte zum Beispiel um den See rum, in dem wir ja auch schon waren, als du damals das Haus hat einstürzen lassen lassen. Moment, Moment, Moment. Ich werde wieder nicht. Warte, warte, warte. Ja doch, auf jeden Fall war das ja dann so, dass da nie auch so ein kleines Camp ist und da waren drei Geier in diesen kleinen Zimmern drin. Da wurde mir gesagt, das ist wahrscheinlich so ein Ort, wo du halt was abholen musst und dementsprechend sind da auch Geier. Ja, aber die Orte werden ja gesetzt als Dungeons. Also es gibt ja Tier 1, Tier 2 und Tier 3 Dungeons. Ja. Und beispielsweise in der einen Stadt gibt es ja das Face the Beers and Drink for Free. Da sind standardmäßig natürlich auch Beeren drin. Das würde Sinn machen. Ja, haben wir, guck mal, hier brennen ein paar Zombies. Haben wir Leidhafte festgestellt. Drüben ist der Trader. Mhm. Ähm, ja. Ich würde da rechts dann nochmal hier in der Ruine halt gucken, weil da meistens auch ein Ofen ist. Und dementsprechend könnte da auch eine tolle kleine Cooking Pot Geschichte sein. Oh, ne, kleine Cooking Pot. Bisschen Nitrat, bisschen Blei. Sonst nichts. Ja. Zombie. Ja, falls wir keinen Cooking Pot finden sollten, für Wasser ist gesorgt. Ich habe die Dosen mal aufgehoben, weil du kannst ohne Cooking Pot in Dosen Wasser abkochen. Ich weiß. Du hast es nicht für Durst. Ja, weiß ich ja nicht. Ich habe einen Cooking Quill. Ja, ist doch schon mal am Anfang. Das heißt, wir können auf jeden Fall schon mal im Notfall ein Steak braten. Aber ich will Schrimps mit Reis krieren. Schrimps mit Reis. Schrimps mit Reis. Schrimps mit Reis. Die Leute skandieren alles, wenn du ordentlich anfängst. Kanada. Kanada. Ja, da warst du schon. Ich spreche jetzt erstmal mit unserem Freund hier. Oh, ich habe zwei Kuchen bekommen. Hier, Kollege. Oh, Trader Wreckt. Der sieht nicht nett aus. Der denkt ja auch, du willst ihn bescheißen krieren. So, was ist denn? Hier, Fetch. 1,1 Kilometer entfernt. Buried Supplies. Also, ich habe drei Buried Supplies. Einen Cleared Zombies und eine Fetch. Ja, und ich habe einen Cooking Pot. Ich nehme Fetch. Oh, Old Ranch. Das klingt nicht gut. Old Ranch ist die, wo ich war. Das ist Medium. Oh, was hast du denn sonst? Was ist denn mit Buried Supplies? One of my couriers had a little run in River Cazador, Lacky. I was able to lose him, but had to bury the shipment. I'm only interested in our supplies. You can keep the rest of the loot. Clear Zombies. 383 Meter. Maybe a little off. Don't forget, you're going to need a shovel. Ich will eigentlich nicht schaufeln. Ja, ja, nehme ich die Fetch Quest an. Clear Zombies in ein paar hundert Metern. Ja, dann sollten wir vielleicht erst anfangen, noch ein paar Pfeile und so zu craften, oder? Ja. Au, au, oh shit. Oh shit. Hast du eine Bandage dabei? Ja. Okay, es lässt sich droppen. Dann machen wir es halt so. Danke. Und schon habe ich ein Leben gerettet. Oh, Krian, du bist so ein Lebensretter. Ein Krian rettet den Leben. So, wohin musst du denn? Warte mal, ich scrap mal die Pants, die ich hier, und mach mal Bandagen da draus. Äh, ich muss hier, äh, in Ost-Südost. Ich muss jetzt mal diese wandelnde Kerze abknallen. Mach das. Die sehen aber echt cool aus. Finde ich. Die Zombies? Ja. Also die brennenden Zombies, finde ich echt, sehen echt cool aus durch diesen Glowing-Effekt. Die haben, ich finde, die haben ein bisschen was von den, äh, von den... Ja, sprich dich aus. Weißt du, was ich meine, ne? Ja, natürlich. Die haben ein bisschen was von den Halloween-Skins von Dead by Dead. Stimmt. Stimmt. Ah, vom Effekt, ja. So, ich, äh, laufe jetzt einfach mal hinterher, wo du hinläufst. Oh, kann man hier schon abbauen, oder ist das noch in der Rage? Perfekt. Ich hätte nämlich... Ich hätte nämlich Honig. Ich hätte nämlich Honig, ja. Hätte ich sehr gerne. Ja, der Krian, äh... Das ist so klar, das Leckermaul. Der gönnt sich auch mal. Ich habe aber keinen bekommen, da war keiner drin. So, ein Stein. Das war ja früher immer cool, ähm, in der Welt, wo es halt noch die... Bienen, äh, Waben gab. Es gab Bienenwaben? Ja, es gab eine Alpha, da hattest du Bienen, also Wespen, die kommen konnten. Da hattest du ein Haus hier in, äh, in Nevis Game, wo du eben... lauter Bienenwaben hattest oben. Ich glaube, zwölf Stück oder so. Und da waren da dementsprechend noch leuter Wespen. Und du konntest die halt dann looten und da war dann auch immer Honig drin. So, ich habe nur noch 49 Stamina. Mein Magen kürt. Ja, ich habe auch nur noch 48. Also... Wir sollten uns irgendwie an was zu essen machen. Ja, ich habe einen Pot gefunden, wie gesagt, aber... Ja gut, wir könnten hier jetzt, äh... Du hast wahrscheinlich kein Fleisch dabei, oder? Eben, das habe ich halt da gelassen. Also ich habe neun Eier. Okay, ich habe drei Eier. Das heißt, wenn wir jetzt das finden, was wir schlachten können... Sollten wir das vielleicht machen. Definitiv. Aber ich würde zum Teufel irgendwie, dass wir hier was finden, was wir schlachten können. Und dann auch essen wollen, anschließend. Genau. Bär! Hinter dir Bär! Oh, fuck, 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 fuck. Ich habe den gerade gehört, während ich gelootet habe und dachte so... Oh, okay. Äh, er... Willst du den echt angreifen? Bist du dumm? Was ist los mit dir? Das ist Futter. Ja. Das ist Futter. Du bist Futter. Crafte dich hoch, genau. Ich versuche auf den anderen... Halt den ein bisschen hin. Ich gehe auf die linke Ruine hoch. Wenn alles gut läuft. Und dann kriegen wir ihn. Ja, ich, äh... Ich hoffe, er klitscht sich jetzt nicht gleich hier hoch. Hier klitscht sich gar nichts. Wunderbar. Okay. Ich schieße ihn jetzt rüber. Aber er hat so viele Möcher schon. Das könnte sein, dass das ein Zombie-Bär ist. Das heißt, er hat auch nur vergammeltes Fleisch, gell? Toll. Toll Bär. Also wahrscheinlich, wir müssen mal gucken, aber wir müssen ihn loswerden. Schießt du ihn bitte an, dass er zu dir geht? Ja, ich bin schon dabei. Er packt gerade rückwärts ein, bei dir. Ich weiß, warum er hier ist. Da unten ist ein Baumstamm. Ich glaube, der denkt, da ist Honig drin. Achso. Und dessen habe ich so einen brennenden Zombie hier. Und den kümmere ich mich mal gerade. Ja, lass mich mit dem Zombie-Bär alleine. Ah, er kommt sehr hoch. Er will halt Hallo sagen. Er möchte kuscheln. Möchten Sie bitte da nicht hoch? Möchten Sie da bitte weggehen? Was soll das denn? Ich schieße mal ein bisschen auf ihn. Vielleicht beschließt er, zu mir zu kommen. Ich habe zwar das Gefühl, das möchte er nicht, aber... Ich habe da gerade ein bisschen Angst. Er fühlt sich von seinen Artgenossen, aka den Jogi-Bären, nicht angezogen. Er möchte lieber Mensch. Okay, jetzt haben wir hier erstmal runtergeschossen. Ah, das ist untergefallen. Gut, er ist wieder da, wo ich ihn nicht treffen kann. Aber das Gute ist, wenn wir ihn töten, das gibt XP ohne Ende. Okay, du hast... Ja, das ist doch fünf. Ein Zombie hast du getötet? Ja, unter mir ist auch ein Zombie. So. Das wird jetzt ein Eagle-Zombie-Bär. Der könnte halt mal ruhig auf die andere Seite von dir kommen. Ja, ich habe auch nur noch 60 Pfeile. Der Vorteil ist, der ist so groß, selbst ich... Nichts. Ich habe nichts gesagt. Er hat, glaube ich, seine Tatze ausgeholt, Greer. Und jetzt zeigte er dann... Wer ist tot? Ja. 719 XP? Ja, die bringen nicht viel. Das ist ein verdammter Zombie-Bär. Wieso bringt der mir nur 719 XP? Er ist halt harmlos. Ich habe schon von Zombies mehr XP bekommen. Ja, bekommst du auch. Ja, habest du den mal? Ich mache hier unter mir den brennenden Zombie dann weg. Ja, weil der gibt halt leider echt... Nicht, dass es was ergeben müsste. Ja gut, er muss halt vor allen Dingen... ...vergammeltes Fleisch geben. Leider. Ich meine, das macht Sinn. Ja, natürlich macht das Sinn. Aber vielleicht hat er auch noch, äh... Ding, wie heißt's? Leder für dich getroppt? Fett und 12 Leder und 2 Fett. Ist auch nicht die Welt. Ne, ich finde Fett könnte ja ein bisschen mehr geben, ja. Ich bin durstig. Hast du was zu trinken und reinstecken? Ah, stimmt. Ich habe eine gefunden. Ja. Ja, ich habe eins schon getrunken. Und ich habe noch was gefunden. Das heißt, ich kann da was sogar reinhauen. Sehr gut, weil es not. Ich habe auch noch ein Glas Wasser, aber... Ja. Ich habe vergammelt. Also noch nicht abgekochtes Wasser. Ich kann dir ein sauberes geben, wenn du willst. Ich habe eins, danke. Eins habe ich. Ich überlege gerade, ob es sinnvoll ist, diese Quests jetzt anzunehmen. Oder ob es nicht sinnvoll wäre, erstmal heimzugehen, das Essen anzuschmeißen. Ich glaube, das ist schlauer. Dass wir nochmal zurückgehen, reorganisieren und dann morgen die Quests abschließen, oder? Das glaube ich nämlich tatsächlich auch. Alles andere ist, glaube ich, ja, dumm. Vor allem, weil es halt schon halb drei ist und ich habe jetzt wieder einige Pfeile in den Bären reingepfeffert. Du sollst doch nicht immer auf unschuldige kleine Bären schießen. So unschuldig war er nicht. Das tut denen auch weh. Glaube ich nicht so viel, wie der abbekommen hat. Ja, aber er wurde auch immer aggressiver kreiert. Was glaubst du, wie der sich gefühlt hat? Ich hole mir hier mal so einen Stein. So, ein bisschen Holz. Zumindest ist das der Plan, ein bisschen Stein zu holen. Oh mein Gott, ist das ein Rückschritt. Ganz entspannt. Aber wir müssen auch mal gucken, was wir brauchen, um die Forge zu machen. Lehm. Vor allem den Lehm. Ja, das meine ich nicht mal. Aber du meinst an Skill. Ja. Weil Lehm ist ja gar kein Problem. Das ist ja tatsächlich jetzt nur noch Erde. Stimmt, das ist einfach überall. Richtig. Ist ja nicht mehr so wie früher. Weil das, was wir die Alpha 17 das allererste Mal gespielt haben, in der Experimente, wo ich nach Leben gesucht habe, wie ein Gestörter. Und ich der Stark oder Wärmschick dann ankam. Äh, du brauchst einfach nur Erde. Ja, ja, der Lehm und ich. Wow. Ich habe nur gerade wieder total einen Zombie vorbeigeschossen, der quasi vor mir steht. Ja, ja, nice. Ganz dir richtig, sozusagen. Ja, ich kann dem armen Zombie nichts antun. Er leuchtet so schön. Ja, ja. Weißt du, so, Mami, Mami, der Baum brennt. Nein, er brennt nicht, er leuchtet. Okay, die Gardine leuchtet auch. Ja, ja, ja. Äh, das war Weihnachten jetzt so, so schlimm, ähm, wir waren bei der Schwester meiner Freundin und die zünden zu Weihnachten am Baum dann auch immer Wunderkerzen an. Okay. Und das macht mich ja grundsätzlich schon nervös. Und, äh, dann habe ich ja Wunderkerzen, so einen ganz speziellen verbrannten Geruch dann anschließend. Und dann lag dieser Geruch in der Luft. Und, äh, ja, ich habe drei oder vier Mal gedacht, oh, fuck, irgendwas breit, irgendwas breit. Okay. Und das war dann immer so ein bisschen glöd. Ja, gut, das kommt von dem Magnesium, was da drin ist, gell? Ja, klar, also ist ja ganz normal, aber das ist einfach was, was ich in geschlossenen Räumen ungern rieche, weil es meistens kein gutes Zeichen ist. Ja, das hatte ich, äh, in der Grundschule mal, da war ich dann bei einem, bei einem Klassenkameraden, auch am, ich glaube, zweiten Weihnachtsfeiertag. Und, äh, hat, soll ich halt übernachten? Und dann haben sie überall Teelicht dann so gehabt. Ich habe am Ende nicht da übernachtet, weil am Ende hat nämlich, äh, die Gardine Feuer gefangen. Durch ein Teelicht, was da rumstand. Da dachte ich mir so, nee, ich glaube, da will ich lieber doch nicht bleiben. Hä? Mama, hol mich, die fangen das Haus ab. Nicht ganz so extrem, aber, äh, da war mir das dann doch ein bisschen, äh, suspekt. In unserer Schulzeit hat mein Adventskranz tatsächlich Feuer gefangen. Oh, hallo, ähm, Matta, was ist los mit dir? Ich komme jetzt auch mal nach Hause. Ich habe gesehen, du bist nach Hause gerannt. Ja, ich bin gerade auch mit, ja, ich brauche Essen. Sonst kippe ich hier um. Ja, ich brauche auch was, aber ich habe halt noch Steine gehauen und so. Lieber noch hier auf Steine drauf, während das Essen schon läuft. Weil mit, keine Ahnung, keiner Stamina machst du ja nix. Machst du einfach nix. Richtig, ja. Ja. Machst du auch was Leckeres? Natürlich, ich mache Bacon und Eggs. Oh. Gutes Frühstück. Das ist echt gut. Apropos, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe ja, äh, zu Weihnachten ein Kilo geräucherten Schinken am Stück bekommen. Nice. Die ich dann richtig schön runterschneiden kann. Also mit Schneidebrett, mit Messer, wo du festschrauben kannst und so. Nice. Richtig geil. Wollte ich gucken, wann ich damit anfange, den zu vertilgen. Was hast denn du Schönes abgestaubt? An Weihnachten? Ja. Äh, nix. Nix. Ja, ich wollte auch nichts. Ich habe auch nichts verschenkt, aber. Also immer so, wir haben, äh, also meine Freundin und ich haben uns gegenseitig nix geschenkt. Das hatten wir vorher auch gesagt. Weil wir beide nicht so genau wussten, was und wie und weshalb, warum. Und gut, wir haben von ihrer Schwester, haben wir so einen, sagen wir mal, Fresskopf bekommen mit zwei, drei Flaschen Wein und so ein paar Delikatessen drin. Ähm. Oh, verdammt. Ich bin tot. Du, 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 du. Ich bin down. Ich habe nicht gedacht, dass, äh, ich habe ihn nicht kommen hören. Was zur Hölle brauche ich denn noch, um das kochen zu können? Ich habe ihn nicht kommen hören. Ah, jetzt kann ich es kochen. Ähm. Ich habe auch gerade nicht das Feuer angemacht und nix dabei gekocht. Hallo, Krion. Hallo. Also, ich hätte nicht gedacht, dass Krion, der erste von uns beiden ist, der stirbt. Das muss ich mal ganz kurz festhalten. Äh. Ach, verdammt. Ich war nicht so weit weg. Ach, scheiße. Das, äh. Ja, gut. Ist, äh, möglich. Kommst du mit und holst es mit mir? Oder haben wir hier irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nee, natürlich nicht. Du, 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 du. Ah, wie ärgerlich. Also, ich wollte eigentlich nur wissen, Nofall, falls da halt immer noch dieser Wolf ist, weil ich kann nichts dagegen machen. Ja, ich, ich komme gleich mit. Ich würde nur ganz kurz mehr was zu fressen reinhauen. Das ärgert mich jetzt so sehr. Damit, äh, mein Zustand natürlich etwas, äh, besser wieder wird und ich aktiv dir helfen kann. Aber was ich ja auch ganz vergessen habe, es ist ja auch gar nicht mehr so, dass du dadurch, äh, Ding verlierst, Wellness oder so ein Kram. Aber es wird komplett rausgenommen. Ach, ja, also, ich hab, du hast ja immer noch 100, äh, HP. Ja, weil, genau, genau, ja gut, das, das hat man, aber hast du deinen Trauma-Buff nicht? Nee, noch nicht. Ach so, wir sind ja noch, wir sind ja noch, äh, protected. Ja, und es war ja auch der erste Tod. Das Ding nicht, äh, Winterakir. Hallo. Ist das nicht erst nach drei oder so? Nach drei Tons? Nee, äh, sobald du Level 5 bist oder so. Ach so. Ja, ja. Das ist levelabhängig nicht, äh. Aber du bist doch da, wir haben die doch da bekommen, als wir innerhalb von kurzer Zeit mehrfach gestorben sind, meine ich. Ja, ja, aber danach hat's ja immer jeder bekommen. Okay. Und das ist, also, du hast, du hast am Anfang, also, du hast ja auch unten links dieses, dieses Symbol von der Protection. Ja. Elemental Protection. Das ist auch, äh, Start Protection im Prinzip. Ja, das weiß ich. Das ist eben gegen Temperaturen bis zu protected, das weiß ich ja. Genau, und also genauso hast du halt auch, äh, die andere Protection. Ich nehme hier schon mal so ein bisschen T mit. Ich nehme nur mal T mit. Nämlich ein Baum mit. Wobei ja die, die Dinger, die dich töten, dann nicht mehr da sind oder so, war das, gell? Ja, das, da bin ich mir nicht so sicher. Also, das habe ich auch mal gedacht. Ich bin wieder auf dem Dach, äh, drauf und so, ah, der Grüne ist ja nicht mehr da. Und dann war so Surprise, man sagt, fuck it, natürlich bin ich da. Äh, ich gucke gerade, wo ist, da ist irgendwo mein Rucksack. Ich war halt nicht so weit weg, das hat mich sau angekotzt, weil ich war nicht in der Lage, schnell genug, ohne Stamina, mich hochzubauen. Ja. Weil ich irritiert war. Ich habe kein Zombie kommen hören und nichts. Ja, er ist nicht mehr hier, da ist mein Rucksack. Ach, wie ärgerlich. Apropos, ich gebe dir mal kurz eine Bandage direkt hier. Danke. Ähm. Ja. Was ich aber cool finde, ist, dass die Sachen sofort wieder da ins Inventar hingehen, wo sie waren. Zumindest fast bei mir gerade so. Das ist nice, ich weiß nicht, ob es immer so ist. Oh, hier ist eine Purs. Na ja, guter, guter, 8 Euro bekommen, äh, Dollar. Jawoll. Gut, wir haben jetzt hier einen schönen Tod gesehen. Ich wollte natürlich den ersten Tod, man da mit Jogi nicht wieder der erste ist. Oh, hier ist ganz neu bei Krieren auf dem Kanal. Hier sieht man Tode, hier nicht. Ich warte nur drauf, bis du dann in der Folge drei oder vier Mal stirbst. Nee, so was passiert mir aus Prinzip nicht. Ich werde dann einfach ganz viele Sachen bauen. Irgendwann, dann baue ich dir eine Falle, dass du dann quasi in der Arena bist, wie in The Walking Dead Staffel, keine Ahnung, in den ersten, zweiten, dritten oder so. Okay. Damit du dann knallhart drauf gehst. Aber, weswegen ich eigentlich so angefangen habe. Ja, genau. Ich würde sagen, wir beenden die Folge. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt es gut gefeiert, habt euch erholt. Und seid vor allem den Übermorgen dabei. Wenn es am Donnerstag weitergeht mit einer neuen Folge. Alpha 17 von Seven is to Diele mit dem Jogi Bär und mir. Bis dahin eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund. Haut rein. Tschö. Bye, bye.